Hallo Leute und Willkommen zur nächsten Folge, Dead by Dead at. Wollte jetzt eigentlich schon eine Zahl sagen, aber das gibt eh bei uns Unterschiede. Also von daher einfach nur Willkommen. Hi. Hey, oh, let us stay. Stimmt, Christian ist auch dabei. Die sagt so, let us stay. Let us die, hat die geschrieben. Die will, dass wir sterben. Das ist aber nicht schön. Achso. Dein Überlebender hat das gerade geschrieben. Let us die. Ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Ich wäre total auf dem falschen Pfad. Wieso denke ich denn jetzt, wenn du sagst, let us die, an diese Butter von Letta? Oh, Gott. Wieso? Oh. Oh, das kleines Kitty. Jetzt ist raus. Never die ist eh. I never let to die. Ich dachte, der Ding ist, das nen Songtext. I never let to die oder sowas. Nee, deswegen frage ich mich gerade, wieso komme ich auch so behindert, wie weiß. Hey, 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 hey. Syncron. Alter, warum bin ich nicht da unten? hier das passiert ist es war der Fall wiederum aber das ist wieder gekämpft weiter die Städte bis hin zum Generator sie sind gar nicht Der kommt schon nicht hier hin, DER KOMMT NICHT HIER HINN! Ich glaube er hat nen... Hast du das? Nein. Oh, dann ist es ein anderer. Ach, sieht der genauso aus wie ich? Ja. Den rette ich nicht, den rette ich nicht. Der hängt direkt hier auch noch. Läuft aber weiter. Ja, warte. Nein, nein, nein! Er hat nochmals gleich... Okay, geh du weg, dann wird er dich verfolgt. Ich hole den vom Haken. Der arbeitet mit seiner Kettensäge. Aufpassen, der kommt wieder. Der kommt zu euch. doch mario habe ich gerade gekratzt das kann man im video sehen er kommt zu uns so bei dir ich bin wieder im generator ich bin weg ich glaube er kommt wieder jetzt gleich weiter rennen aus case leckt doch ich merke gerade das lektrum aber warum ist nicht weiter gelaufen das wäre vielleicht ein guter tipp gewesen also es gibt immer den tipp wenn ich mal auf weg wenn du im haus bist ein geh lieber bin ich im haus niemand ist im haus außer wir und den killer wahrscheinlich ich bin gerade mit der ente dead duck vorsichtig kommen in eure richtung warum solltest du so etwas tun mit dem killer am arsch weiß ich habe den kinder noch weit hinten gesehen und dass er mir gefolgt ist aber ich weiß nicht ob er mich wirklich gesehen hat ich guck mal was hat hier gerade ein bisschen rumgedeckt aber es liegt nicht an mir ja wenn wir jetzt auch gerade vorne ein bisschen umgedeckt wow jetzt lauf ich gegen wände hä ich weiß ach kacke der erste hefekasten hat sich aufgelöst deswegen hat er so geknackt ok hat sich aufgelöst einfach so in luft einfach so puff weg war ja puffmutter hallo hallo hat der andere nicht den geheilt ja ok er ist nett diese ente ey guck mal da ist er look at the dark fertig ach nee ist war marios idee wir laufen in einer 3er formation irgendwie leckt das gerade schon wieder ja alter die 3 ich bin immer noch hier hinten ok auch immer in der 3er formation nicht teil und der kinder ist weg so wir waren gerade schon im generator ein viertel haben wir schon ein drittel die hälfte über die hälfte und jetzt in drei formation zum zum tor oh da hinten ist auch da hinten ist der kinder hat er hat mich gesehen hat mich aber gesehen weil du nie mit uns mitläufst glaube ich was lass mich hier weg wow wow ok ich glaube du hast jetzt eine wichtige lektion gelernt wow wie genau war das denn die lektion lautet lauf immer mit uns mit oder mit mir mit ich muss ja mal weg irgendwo der kippenwegen war das ach jo komm her ich glaube er ist weg hey hey ich glaube ich habe dich gesehen ich weiß nicht in welche Richtung das Tor war scheiße ich bin zum anderen Tor nein die Store ist offen ich muss zum anderen hey hier ist der andere auch Alter es war mega riskant vorhin einfach ach nee das war hier ach nee das war hier Alter wo sind die scheiß Tore ich glaube gerade die Mauer entlang das heißt ich müsste gleich bei dir angekommen ja ich sehe auf jeden Fall schon mal den Eindruck wie die Ente aber ich bin gerade im Haus ich dachte so du hast ja noch keine Kiste durchwühlt ich mache jetzt erstmal keinen Schritt weiter wieso Achso Killer bei dir? Aha bist du in der nächstes Tores? ja ich weiß nicht ob das offen ist nee wahrscheinlich nicht ich glaube ja ich glaube ja die Ente ist aber bei mir ausgesprochen ne ist der Killer bei euch? nein die Ente ist ja schon weg und die war bei meinem Tor wo ich jetzt auch gerade wieder bin kacke ich höre hin ok dann bin ich am anderen Tor ja kommst du mir ich mach's am anderen Tor ne ich muss erst mal aufmachen Hälfte ok lauf 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 ich bin durch jetzt 1 2 1 kann wie weit hau ab hau ab guck mir mal zu schnell er hat dich nicht geschlagen nein warum? der wusste, dass ich den verarsche aber ich hab halt so lange auf den zugeguckt ne, damit er so viel Zeit, dass wir möglich aber vielleicht am Ende fällt es ist unnötig aber neuer ja schon mal und jetzt werde ich mir etwas ganz besonderes holen aber das wisst ihr werdet ihr es wissen also nein, meine Zuschauer wissens ach scheiße ich wollte gerade einen Break machen und dass sie dann ist schon klar schon falls die Moment ruiniert tut mir leid meine alle Zuschauer ich möchte mich dafür entschuldigen nicht boah flame die mal alle ähm bis gleich bis gleich in der zweiten Hälfte bis gleich so so jetzt sind wir mal mit zweiten Teil und ich muss jetzt schon mal gestehen die nur noch zwei Opfergaben die wir mal auf Blutpunkte geben was was muss mal gucken was ich mir so reingenommen habe oh heut mal alle entweder Lobe Rosenduftkissen äh Barnetten oder was auch immer eins von den beiden war immer eins von den beiden braunen okay also es wäre mal wieder klar dass die Deutschen mal wieder das braunen nehmen boah genau wie die Eva die war ja auch braun da 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 in jeder Folge nutzen das schritt muss gucken wo das war das nicht nein es geht los ach egal ey ist das hell was geht denn hier ab warum ist Croptus Pen so hell ah äh der Killer wird wahrscheinlich keine Probleme haben uns zu sehen ähm ähm was macht ihr so ach ein Saboteur ja ein Feinsteller ist es hier der Gegner ist ein Feinsteller by the way wollte ich schon sagen okay ich werde auch mal ein paar Haken machen das gibt mir nur extra Punkte ja ich hätte auch gerne diesen Saboteur Perk aber na nein habe ich nicht ne es ist es ist ja kein Perk doch ist es ein Perk ja das kannst du so rein machen aber ich habe Saboteur immer what the fuck am Perk es ist eine Fähigkeit ja ein Perk eine Fähigkeit kein Perk äh äh Perk ist englisch ist das für Fähigkeit erzeugt ja ich weiß es nicht doch das sind deine Perks die vier Dinger unten das sind deine Perks oder Fähigkeiten ach es ist scheiße ach es stimmt das stimmt das stimmt das kann ich sein das ist äh ich glaube ich nicht diese Änderung stimmt das ist ja ein Perk das man ohne Werkzeugkiste macht kann stimmen so war das ja ich zeige euch gerne diese Spiele aber ich kann euch nichts im Spiel sagen weil ich so blöd auf ihm ja so ein richtiger Nazi so voll blöd und immer alles auf Deutsch und ja ich bin doch kein Nazi ok Neonazi Entschuldigung nein das bin ich auch nicht ich habe dich eine Gewerze vielleicht ist das eine Perücke weil mir ist der Haken auf den Kopf gefallen äh ich geh ins Haus rein er ist schon oh gewagt was 17 wollen wir den Typen retten Können wir gerne machen, sobald ich einen anderen Haken im Umkreis ausgeschaltet habe. Ach, das stimmt. Ich glaube, das müssen wir nicht mehr. Ja, dann. Wir wollten retten, das wissen wir. Also wir hatten auf jeden Fall den Gedanken, das zählt. Oh. Der ist schon mal weit gekommen. Ja, vom Haken bis dahin, das muss man erstmal schaffen. Wiggi, 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 Wiggi. Der Wiggi drum, siehst du das? Wiggi, 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 Wiggi. Ja, dein Haken. Wiggi, Wiggi, Wiggi. Wiggi, Wiggi, Wiggi. Wiggi, Wiggi, Wiggi. Oh, gibt es hier zu uns? Also holen wir ihn oder holen wir ihn nicht? Ja, ich mach erstmal den Haken, ich geh mal hin. Aber ich will jetzt mal was der Kilo zu treibt. Ja, aber geh mal die Nähe hin. Nein, ich bin hier. Ich hab das wird schwer den zu holen. Kämpfer? Äh, warte. Er treibt sich gerade bei mir in der Nähe rum. Dieser Rumtreiber, du. Ich sag's dir, ne, der treibt sich auch um, dieser Killer. Ne, der kennt grad nicht. Er kommt zu mir. Er kommt zu mir. Er kommt zu mir. Ja, ich hab den einfach den Haken runtergeholt. Okay. Oh Gott, ist das dein Ernst, Junge? Oh fuck. Okay, das wird nix. Hat er dich? Ne, also ich hab den anderen noch befreien können aus der Falle nur der Killer. Der muss sich die Barrikade zuhauen, sonst wär ich mit drauf gegangen. Los. Du bist auch hier vorm Haus, ne? Oh, halt. Komm mal rein. Äh, wird da auch mal geholt? Ja, ich dachte schon. Das kann man vergessen, der Killer hängt da. Ja, ja, der Killer hat den jetzt ein Kränkchen drauf. Alter, was? Chris, hier am Eingang. Heizt ihr mich direkt, oder? Ja. Okay, er kommt. Nach oben? Ja. Ja, der Killer ist unten. Der hat mich nicht gesehen. Ich guck so die ganze Zeit, ich bin in so einer kleinen Nische, ne? Von der einen Seite bin ich nicht sichtbar, aber von der anderen voll sichtbar. Und was kommt der? Er kommt von der Seite, wo ich voll sichtbar bin. Ich sag's mal so, der ist die Treppe runter gegangen und ich stand oben an der Treppe, aber genau dahinter so. Er hätte mich direkt sehen müssen, als er runter gegangen ist. Ich stand direkt am Fuße des Ganges. Also ich... Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ich war... hier. Hab dich gehabt und der kam von rechts. Und der kam von hier? Ja, und der stand so. Alter. Ja, guck mal, wo ich stand. Warte, warte, warte. Oh, okay, doch klar, der ist ja nicht hier oben. Ich höre, aber hier in der Nähe. Ich stand hier. Okay, Moment, Moment, wo standest du? Hier. Ja. Hier stand ich. Und der Killer ist da runter. Die Treppe runter. Der hätte mich sehen müssen. Ähm. Vorsicht, Killer. Ich glaub. Der hat was in den Augen. Wo ist der? Ich weiß nicht. Ich sehe ihn noch nie. Scheiße hab ich. Ich weiß nicht wo. Puh. Ich will jetzt schnell den Generator fett machen. Komm, der ist für Hälfte fertig. Komm schnell. Ich muss auf Fallen auf den Boden gucken. Nicht nochmal, wenn ich in einer rein. Never forget. Okay, wo kommt der? Ich glaub er verfolgt. Ja, er verfolgt dich. Muss du wieder rein? Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, 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 oh. Okay, die Falle ist schon ausgelöst. Ich hoffe, hier ist eins. Ja, wir gehen nach links, oder? Ist da eins? Ne, dahinter ist keins. Ich geh da nach links. Ja, ich auch. Vorsicht. Ja, da ist eins, da ist eins. Und der Killer kommt. Oh oh. Ja, er ist direkt da. Ja, da ist... Okay, wenn ich versuche den wegzutreiben... Na, warte, der steht noch dahinten. Hat er nicht? Ne, ne, der steht... Jetzt kommt er mir hinterher. Probier den Ausgang zu machen. Mach ich grad. Äh, hab grad angefangen. Wir sehen, er macht grad was kaputt. Komm schnell zu mir, komm schnell zu mir. Renn, 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 er hat mich gesehen. Ist offen? Äh, fast, fast, fast. Jetzt auf, 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 komm, 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 komm. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Lecke da auch. Ja, ja. Nice. Gute Teamarbeit, Kids. Gute Teamarbeit. Oh, komm mal her. Komm mal her. Ich weiß es. Schubs ihn, schubs ihn, schubs ihn. So, ich sollte, oh komm, komm ja, nicht traurig sein, weil er guckt, die sollte ja so Ding so, ich kann die nicht hinterherkommen. Wie geil, da sind jetzt. Alter, okay. wenn das nicht war die erste Hälfte Camping Setups bekommen Camping ja das ist aber glaube ich nicht so gut das ist schlechter aber es war eine tolle Folge macht's gut haut rein oder was die erste Hälfte zwar die zweite Hälfte das war jetzt so zweite Hälfte Folge weiß ich nicht was kommt die fünfte Schuhe oder vierte ich weiß nicht macht's gut ciao